Bei diesem Spot geht es um die Umwelt. Darum speziere ich durch den Wald. Nein, das hast du letztlich falsch überlegt. Denn so ein Waldspaziergang bringt der Umwelt gar nichts. Wenn du etwas für die Umwelt machen möchtest, hör auf, ständig neue Sachen zusammen zu kaufen. Falls du trotzdem etwas brauchst, du hast manchmal auch etwas gebraucht. Mein persönlicher Beitrag für die Umwelt? Ich habe meine neuen Büromöbel alle weggeworfen und durch Brauchtier ersetzt. So spare ich Ressourcen und ... Oh, jetzt habe ich einen Zeich gemacht. Trading Zone. Finde neue und gebrauchte Büromöbel bei der Schweizer Nummer 1. Vom Homeoffice bis zum Grossraumbüro. Dank riesigem Sortiment. Beste Qualität zu tiefen Preisen. Erfahre mehr. Sicher die Watersmürober. T helemaal bed half. Die Diabellerin wird, dass er wichtig und